Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 64 Alte Gesichter Wie geht es Ihnen, Mr. Malfoy? Fragte Schwester Marie mitfühlend. Lucius war seit Beginn der Behandlung nicht mehr derselbe. Er war still, nicht angriffslustig und kein bisschen arrogant, was man auf die Schmerzen zurückführen konnte, die er durchleben musste. Sein rechtes Auge brannte und ein stechender Schmerz puckerte Tag und Nacht hinter seinem Augapfel, so dass er keinen ruhigen Schlaf mehr finden konnte, denn Schmerz und Schlafmittel waren während der Behandlung tabu. Da er nicht antwortete, kam Schwester Marie an sein Bett, legte eine Hand auf seinen Unterarm. Normalerweise wäre er aufgesprungen, um sich solche vertrauten Gesten zu verbitten, aber er war froh, dass jemand hier war, der ihn durch seine Qualen begleitete. Ist es das alles wirklich wert? Fragte er sie mit gebrochener, rauer Stimme, während er eine Hand an sein schmerzendes Auge führte. Sie seufzte, bevor sie erklärte. Es ist noch ein anderer Patient in diesem Flügel, der genau die gleiche Behandlung durchmacht wie sie. Nur ist derjenige schon viel weiter. Er kann bereits wieder etwas sehen und er sagt, dass es sich bisher auf jeden Fall gelohnt hat. Sie wusste nicht, wie sie sonst antworten sollte. Durch ihre heilerischen Kenntnisse war sie darüber im Bilde, was Zeitumkehrsprüche für ein Leid verursachten, wenn sie am einzelnen Stellen des Körpers angewandt wurden. Und gerade die Augen waren besonders empfindlich. Sie konnte sich noch daran erinnern, wie der andere Patient vor lauter Schmerz gesagt hatte, es wäre eher zu ertragen, wenn er sie sich herausreißen würde. Bei Mr. Malfoy müsste man noch so lange die Zeit umkehren, bis der Zeitpunkt erreicht war, an dem er zumindest noch Schatten sehen konnte. Somit wäre eine Grundlage geschaffen, um eine Behandlung mit Spendermaterial zu beginnen. Oh, dann bin ich ja erleichtert, dass ich nicht die Versuchsperson für diese äußerst ungewöhnliche Behandlung bin. Schön zu wissen, dass der andere Herr alles ertragen konnte. Ich werde mich zusammenreißen, Schwester Marie, sagte er schwächlich mit einem Hauch Selbstironie in der Stimme. Im Zaubereiministerium stutzte Susan über die Beschwerde, die man ihr auf den Tisch gelegt hatte und um die sie sich kümmern sollte. Als der Minister sie in sein Büro rief, nahm sie das Schreiben einfach mit. Der Minister begrüßte sie fröhlich. Er hatte ihr schon seit einiger Zeit angeboten, ihn beim Vornamen nennen zu dürfen, wenn sie im Ministerium unter sich waren. Was kann ich für Sie tun, Arthur? fragte sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Arthur schien völlig überarbeitet. Er hatte dunkle Augenringe bekommen und ein eingefallen wirkendes Gesicht. Er saß an seinem Schreibtisch, der vollgestellt war mit Aktenbergen, die bis knapp unter ihr Decke reichten und nur nicht umfielen, weil er sie mit einem Zauber belegt hatte. Trotz alledem blieb er immer gut gelaunt, wenn seine Mitarbeiter bei ihm waren. Doch jetzt verplasste das fröhliche Lächeln auf seinem ausgezehrten Gesicht. Susan, es gibt da Probleme. In Spanien wurde eine reinblütige Familie überfallen. Drei kamen ums Leben. Diese Familie war gesellschaftlich sehr angesehen und sehr wohlhabend, weswegen jetzt auch Druck auf unser Ministerium ausgeübt wird. Die Familie war bekannt dafür, sich nicht nur durch Spenden, sondern auch aktiv im Kampf gegen Voldemort und dessen Todesser eingesetzt zu haben. Aber was mir am meisten Sorgen bereitet ist, dass diese Familie offenbar von Muggeln überfallen worden ist, und zwar am Schlaf. Nennt man Brandstiftung. Die konnten sich erst viel zu spät in Sicherheit bringen, die armen Leute. Eine Haushälterin, die fast erwachsene Tochter und der Hausherr sind im Schlaf den Flammen zum Opfer gefallen. Verstehen Sie es, Susan? Es waren höchstwahrscheinlich Muggel. Er seufzte müde, bevor er fragte. Sagt Ihnen der Name Wilkis etwas? Susan nickte. Ihr war bekannt, dass Wilkis ein Todesser gewesen war, der vor langer Zeit zusammen mit Evian Rossier von Auroren getötet worden war. Arthur holte erneut aus und erklärte. Fast zur gleichen Zeit, als diese spanische Familie überfallen worden war, wurde hier in Schottland eine alte Frau und ihre beiden erwachsenen Töchter getötet. Doch dieses Mal durch Magie. Diese Frau war schon 113 Jahre alt und sie war Wilkis Großmutter. Doch sie war niemals eine Todesserin. Arthur tippte mit den Fingern seine Hand nervös auf seinem Schreibtisch herum, bevor er fragte. Ist Ihnen vielleicht der Name Elena Karkaroff auch ein Begriff? Das ist die Tante von Igor Karkaroff. Er ist vor einigen Jahren von Todessern umgebracht worden. Elena Karkaroff selbst hatte sogar vor ungefähr 20 Jahren gegen ihre Neffen ausgesagt und das Ministerium auf eine richtige Fährte gebracht, sodass man ihn verhaften konnte. Sie wissen selbst, Susan. Wenn es einen Todesser in einer Familie gibt, heißt das nicht automatisch, alle anderen Verwandten wären auch Todesser. Aber es scheint Leute zu geben, die genau das denken. Und mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Gruppen zu tun haben. Die einen morden Todesser und ihre Familienangehörigen und dabei ist es denen völlig egal, ob diese Leute selbst Todesser sind oder nicht. Ob sie reinblütig, halbblütig oder sogar Squibs sind, wie der Neffe von Evan Rosier, dieser Christian. Die anderen hingegen ermorden Reinblüter aus Gründen, die ich leider noch nicht kenne. Und was haben Muggel damit zu tun? Fragte Susan erstaunt. Arthur überlegte eine ganze Weile und dann, ohne auf ihre Frage zu antworten, sagte er. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Überprüfen Sie alle Übergriffe, die wir nach dem Sturz des Dunklen Lords verzeichnet haben. Sortieren Sie die Fälle nach Kategorien. Verwandt mit einem Todesser oder nicht verwandt. Aber besonderes Augenmerk legen Sie bitte auf die Art, wie Sie umgekommen sind. Ob durch Magie oder durch Muggelart. Ich möchte sehen, ob das, was ich befürchte, sich dadurch vielleicht bestätigen lässt. Sie rührte sich nicht von der Stelle, sondern dachte nach, bevor sie mutig fragte. Was ist es, das Sie befürchten, Arthur? Er schloss die Augen, legte eine Hand an seine Stirn und erklärte. Es gab schon mal eine Zeit, Susan, in der Muggel gegen Zauberer und Hexen angegangen sind. Er stöhnte und blickte sie an, bevor er erläuterte. Sie haben es bestimmte Muggelkunde durchgenommen. Heute Nachmittag fand die Teambesprechung von Eintracht-Pfützensee statt, die Ron sehnlich erwartet hatte. Der Mannschaftskapitän war kein anderer als sein alter Schulkamerad Oliver Wood, der seit Abschluss seiner Schulzeit Reservespieler für Eintracht-Pfützensee war und sich langsam hochgearbeitet hatte. Voller Stolz verkündete er, dass das Highlight des heutigen Treffens die Bekanntmachung der neuen Jägerin war, da die Letzte aufgrund ihrer Heirat und der kurz darauf folgenden Schwangerschaft den Quidditch entsagen wollte. Spieler und Reservespieler, sowie der Manager Filbert Deverell, saßen in ihrem Teamaufenthaltsraum um einen runden Tisch herum und erwarteten mit Spannung den Auftritt der Neuen. Denn bisher hatte weder Oliver noch Filbert auch nur eine Andeutung darüber gemacht, um wen es sich dabei handelte. Als es klopfte, hielten alle den Atem an. Oliver ging breit grinsend zur Tyrion über und öffnete sie, um niemanden anderen hereinzulassen als Angelina, ich fass es nicht. Du bist unsere neue Jägerin? brach es ungebremst aus Ron heraus. Denn natürlich kannte er auch die noch von Hogwarts. Sie war 95 bis 96 Quidditch-Kapitänin von Gryffindor, aber Ron hatte sie auch etwas näher kennenlernen können. Denn sie war eine Zeit lang mit seinem Bruder Fred zusammen. Die beiden waren sogar zusammen beim Weihnachtsball aufgeschlagen, was ihn damals ein wenig neidisch gemacht hatte. Angelina Johnson war nämlich nicht nur eine ausgesprochen gute Fliegerin, sondern sie war auch eine umwerfend schöne Frau. Seine Teammitglieder lachten aufgrund von Ron's überrascht Gesichtsausdruck. Doch Angelina lächelte ihnen nur breit und fröhlich an, so dass ihre strahlend weißen Zähne sich kontrastreich zu ihrer dunklen Hautfarbe abhoben. Es folgte die übliche Prozedur, die Ron nur allzu gut bekannt war. Denn er war der letzte gewesen, der auf diese Art und Weise seinen neuen Teamkollegen bekannt gemacht worden war. Der Manager leierte monoton seinen Psalm herunter und nannte chronologisch den bisherigen sportlichen Werdegang des Neuzugangs. Angelina schaute ein paar Mal zu Ron hinüber und tat so, als müsse sie gähnen, was ihn zum Kichern brachte. Letztendlich hieß Philbert sie herzlich im Team willkommen und das Festmahl konnte endlich beginnen. Nachdem man sich satt gegessen hatte und jeder Spieler sich mindestens einmal mit Angelina unterhalten hatte, wurde der Raum nach einigen Stunden langsam leerer und leerer. Als erstes gingen die Reserve-Spieler, dann der Manager und letztendlich alle anderen, bis die drei ehemaligen Hogwarts-Schüler noch gemütlich beim gedämmten Licht beieinander saßen und über damalige Zeiten ins Schwärmen kamen. Letztendlich musste auch Oliver sich verabschieden, sodass Ron all seinen Mut zusammennahm und zurückhaltend fragte. Wollen wir vielleicht noch in den tropfenden Kessel oder in die drei Besen oder so? Du bist süß, wenn du so verlegen nach unten schaust. Ja, gehen wir. Warum nicht? Antwortete sie, ohne gesagt zu haben, wo sie gern hingehen würde. Sie war mit ihm nach Iverness appariert, welches am Loch Ness lag, weil sie hier ein gemütliches Wirtshaus kannte. In der Ecke eines tatsächlich behaglichen Wirtshauses hatten die beiden Platz genommen und obwohl es schon so spät war, sich noch jeder einen Cappuccino bestellt. Beide nahmen einen Schluck, bevor Angelina sich die aufgeschäumte Milch von der Oberlippe leckte, was Ron verlegen zum Lächeln brachte. Dann fragte sie auf einmal mit einem recht kühlen Tonfall. Ich habe gehört, Fred will den Next heiraten? Das war also der Grund, warum sie mit ihm ausgehen wollte, dachte Ron. Sie wollte Neuigkeiten über ihre alte Flamme in Erfahrung bringen. Fred und Angelina hingen damals wie Kletten aufeinander. Niemand hatte damit gerechnet, dass sie jemals ihre Beziehung beenden würden. Doch offenbar hing zumindest Angelina ihrem Verflossenen noch immer nach. Das hören wir auch ständig. Aber Fred will nicht heiraten. Zumindest nicht, dass ich wüsste. antwortete Ron, etwas enttäuscht klingend, was ihr nicht entgangen war. Und, kenne ich sie? fragte Angelina neugierig. Ja, wahrscheinlich. Sie ist eine von den ersten beiden Angestellten, die im Laden angefangen haben, sagte Ron lustlos, denn sein Bruder Fred war nicht sein bevorzugtes Gesprächsthema an diesem Abend. Die Blonde oder die Brünette? bohrte Angelina nach. Auch wenn er sie schon früher als Sportlerin und als Frau bewundert hatte, hier bekam Ron einen zu viel, so dass er die Lippen zusammenkniff, um ihr nicht an den Kopf zu werfen, dass sie Fred ja persönlich im Laden aufsuchen könnte, wenn sie sich noch immer so sehr für ihn interessieren würde. Er kramte wortlos nach seiner Geldbörse, um seinen Cappuccino zu bezahlen, als sie plötzlich fragte, Was denn? Du willst schon gehen? Wir sind doch eben erst... Vorwurfsvoll blickte Ron sie an, so dass sie innehielt und ihr einleuchtete, was sie falsch gemacht hatte. Doch bevor er sich erheben konnte, hielt sie ihn am Unterarm fest und schlug vor, Dann reden wir über dich. Wie geht es dir und Hermine? Ich habe gehört, ihr seid schon länger verlobt. Ron zog seinen Unterarm weg, legte etwas Geld auf den Tisch und antwortete grimmig. Wo auch immer du deine Informationen herbekommst, sie sind nicht aktuell. Nach diesen Worten verließ er Angelina und apparierte nach Hause. Zu Hause angekommen, zog er sich seinen Pulli aus und warf ihn wütend auf die Couch, als Hermine gerade in diesem Moment aus der Küche kam und ihren besten Freund so aufgewühlt vorfand. Um Gottes Willen, Ron, warum bist du denn nur so sauer? fragte sie ihn. Um ihm beizustehen, legte sie einen Arm um seine nackte Schulter, doch er wisch zurück. Sie lebten zwar beide noch zusammen in ihrem gemeinsamen Haus, doch sie lebten wie Bruder und Schwester. Trotzdem ließ Hermine ihm sein Verhalten nicht durchgehen und sagte etwas barscher. Gut, dann eben nicht. Noch während die Worte ihre Lippen verließen, bereute sie den aggressiven Ton, sodass sie endgültig anfügte. Ach Ron, du sollst doch nur wissen, dass ich dir zuhöre, wenn dich irgendwas belastet. In Selbstmitleid versinkend erklärte er, Ich bin immer nur der kleine Bruder und nichts anderes. Das ist Blödsinn, Ron. Warum denkst du nur sowas? fragte sie, während sie ihm zu sich auf die Couch zog, damit er neben ihr Platz nehmen konnte. Weißt du, wer unsere neue Jägerin bei Pfützensee ist? fragte er. Nachdem sie den Kopf geschüttelt hatte, sagte er vorgespült, überrascht. Angelina Johnson? Entgegnete Hermine, die damals mehr auf Angelina eifersüchtig gewesen war, als auf die dumme Pute Lavender Brown, mit der Ron das Knutschen geübt hatte. Angelina war nämlich im gleichen Jahr Mannschaftskapitänin geworden, in welchem Ron als Hüter bei den Gryffindors angenommen worden war, weswegen er gezwungenermaßen viel Zeit mit ihr verbracht hatte. Wir haben heute unser Teamtreffen gehabt. Und nachdem Oliver dann auch noch gegangen war und nur sie und ich alleine waren da, da habe ich gefragt, ob wir noch irgendwo hingehen wollen. Sie hat mich mit nach Invenis genommen, damit wir noch was trinken. Erklärte er ihr. Doch dann hielt er inne. War er etwa kurz davor, Hermine von seinem ersten und dazu noch verpatzten Date nach ihrer Trennung zu erzählen? Was trinken? Und dann? fragte sie neugierig. Hermine, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn... Doch sie unterbrach ihn und erklärte. Ron, wir wohnen noch zusammen, aber das macht uns nicht zu einem Paar. Wir haben das doch oft genug durchgekaut. Wenn einer von uns jemand anderen findet, dann... Hermine stockte, denn sie musste schlucken, weil ihre eigenen Worte ihr schwer über die Lippen kommen wollten. Doch sie fuhr letztendlich fort. ist das kein Betrug oder Fremdgehen. Das ist dann einfach in Ordnung, Ron. Ach, was soll's. Sie wollte ja sowieso mehr über Fred wissen als über mich. Das meinte ich vorhin damit, dass ich immer nur der kleine Bruder bin. War ich doch schon immer und das wird sich wohl auch nicht ändern. Das ist echt ätzend, sagte er abschließend. Zeitgleich seufzten beide, was sie kurz darauf zum Lachen brachte, bevor Ron ehrlich interessiert fragte. Sag mal, Hermine, hast du denn auf irgendjemand ein Auge geworfen? Sie zuckte mit den Schultern, bevor sie die Gegenfrage stellte. Ist Oliver noch frei? Ron prustete vor Lachen und erwiderte. Pff, die ist verheiratet. Ach, schade. Der sieht ganz gut aus, sagte sie gleichgültig klingend, womit sie Ron wieder zum Lachen brachte. Mit einem Schalk im Nacken nickte er sie, indem er fragte. Sind wir plötzlich oberflächlich geworden? Ich dachte immer, du würdest jemanden brauchen, der zu deinem Intellekt passt. Lachend erwiderte sie. War doch nur Spaß mit Oliver. So einen klugen Taktiker wie dich werde ich so schnell nicht finden. Da muss ich wohl meine Ansprüche runterschrauben. Ich? Ein Taktiker? Fragte er verblüfft. Nickend bejahte sie, bevor sie erklärte. Du bist ein hervorragender Schachspieler, Ron. Du musst ein Taktiker sein, sonst wärst du nicht so gut darin. Und deine Raffinesse beim Quidditch spricht ja wohl für sich. Ron legte mit vor Stolz geschwellter Brust einen Arm um Hermine und genoss es, als sie sich an seine Schulter lehnte. Nach einer Weile sagte er, Ist doch schade, dass das mit uns nicht geklappt hat. Wir passen doch so. Sie richtete sich auf und blickte ihm in die Augen, bevor sie antwortete. Das haben wir auch schon durchgekaut, Ron. Wir beide, nicht nur ich, haben festgestellt, dass es mit uns nicht klappt, weil dieses Kribbeln einfach nicht da ist. Ja, ja, hast ja recht. Entgegnete er. Sie hatten es wirklich in mehreren Gesprächen endlich festmachen können, was es war, dass eine Beziehung nicht möglich machte und sie nannten es schlichtweg das Kribbeln. Denn das fehlte vollkommen. Ein freches Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er vorschlug. Kannst ja mal Snape fragen, ob es einen Trank dafür gibt. Ein Kribbeltrank oder so. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.